Hallo ihr Lieben, passend zum zweiten Advent gab es heute das erste Puzzleteil für den Adeline-Pinguin. Und diesen kleinen Racker erhaltet ihr schon beim Vollenden, klicken wir doch glatt mal drauf, für 2500 Tickets. Also nutzt die Chance, nutzt die Gelegenheit, um mehr als nur ein oder zwei oder drei zu haben. Vervollständigt und ja, holt euch den ersten Adeline-Pinguin.